hallo willkommen zu dem neuen video in eigener sache und zwar möchte ich euch noch mal von einer erpressungsmethode des jugendamt alp donaukreis berichten wie ihr ja wisst wenn ihr meine videos in unserem fall schaut behauptete das jugendamt alp donaukreis die lüge und die wurde dann vom amtsgericht ulm und oberlandesgericht stuttgart gerne übernommen um die gleichberechtigung von eltern zu verhindern und zwar die lüge dass es kinder schädigen würde wenn ihr vater mit ihnen über das wechselmodell redet das wechselmodell ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung also eine verfassungskonforme erziehung so etwas wird dann vom jugendamt alp donaukreis als kindeswohlgefährdung bezeichnet und des amtsgericht ulm und oberlandesgericht stuttgart stürzen sich dann auf diese erfindung diese lüge diese konstruktion und gibt dann eine strafe und zwar darf ich mittlerweile drei unserer kinder nur zwei stunden alle zwei wochen sehen eins der kinder die älteste tochter ist zu mir geflohen im mai 2019 weil sie angst hatte sie darf ihren vater nicht mehr frei sehen und das jugendamt alp donaukreis hat im juli glaube ich es hat dann so ein paar empfehlungen geschrieben ans ulge stuttgart und amtsgericht ulm soweit ich mich erinnere und da wurde geschrieben dass wenn der elternstreit weiter eskalieren sollte dann müsse man über eine fremdunterbringung der kinder nachdenken das ist hoch dramatisch weil das heißt wenn die eltern sich angeblich weiter streiten dann müssen die kinder ins heim oder zu einer pflegefamilie sehr auffällig war das in der ersten empfehlung nur meine älteste tochter genannt wurde die ja von der mutter zu mir geflohen war das ist auffällig und dann hat es jung dann bei der nächsten empfehlung alle vier kinder reingenommen weil es wäre doch ein bisschen zu klar dass wenn man sagt bei elternstreit muss die älteste tochter beim vater weg dass man dann da den vater schaden will und die tochter die zum vater ist also hat man das dann später korrigieren hat alle vier kinder reingenommen das perfide an dieser empfehlung und auch lügnerischen behaupten des jugendamt alp donaukreis dass hier ein elternstreit vorlege wo es dann nötig werden könnte die kinder bei den eltern den eltern wegzunehmen ist ja dass das jugendamt alp donaukreis diesen streit ja selbst verursacht und befeuert hat wenn das jugendamt von anfang an sich verfassungskonform verhalten hätte und gesagt hätte natürlich gehören die kinder zu beiden eltern dann wäre der wunsch der kinder erfüllt worden und die mutter hätte überhaupt keine chance gehabt die kinder von mir fernzuhalten aber das hat ja das jugendamt alp donaukreis nicht gemacht es hat sich verfassungswidrig verhalten hat noch behauptet dass es kinder schädigt wenn der vater sie im sinne das grundgesetz erzieht und den kindern sagt dass sie das recht haben gleichberechtigt von den eltern in gleichberechtigung erzogen zu werden und sowas ist ja klar das befeuert doch den konflikt und alles was ich getan habe war ja dass ich die kinder schützen wollte vor dem jugendamt und der mutter und auch noch wollte dass die kinder im sinne des grundgesetzes bei beiden eltern leben dürfen und daraus konstruiert das jugendamt alp donaukreis einen angeblichen elternstreit es gibt keinen elternstreit es gibt einfach nur vor gericht den kampf darum dass das grundgesetz endlich zur geltung verholfen wird dass das amtsgericht ulm und das oberlandesgericht stuttgart sich genauso in diese verfassungswidrige argumentation des jugendamts verbissen haben und da in die irre laufen das konnte ich nicht ahnen dass in deutschland die gerichte derart noch in einer uralten erziehungsvorstellung hängen die ja das letzte mal während des naziregimes auf offizielle propaganda und verlautbarung war das war nicht abzusehen dass dann das jugendamt sagt wenn dieser vom jugendamt und den gerichten verursachte weiter befeuerte streit weil es die eltern und kinder nicht zur ruhe kommen lässt im sinne des grundgesetzes und dann noch zu sagen vom jugendamt dass man dann die kinder rausholen muss es ist pure erpressung da wird mir mit dem nicht mit dem zaunpfahl sondern mit dem baukran signalisiert sandro groganz wenn du weiterhin um deine kinder kämpft damit sie im sinne des grundgesetzes bei beiden eltern leben dürfen und in gleichberechtigung erzogen werden dann nehmen wir halt irgendwann die kinder weg dann reicht es uns und dann schädigen wir die kinder also pass lieber auf was du machst sonst wird es aller schlimmste eintreten das halte ich für die übelste erpressung die es gibt von einem jugendamt das sich verfassungswidrig verhält und an dem elternstreit ein immensen eine immense verantwortung trägt es gibt hier keinen streit zwischen den eltern im sinne von dass ich die mutter nicht respektieren ich nehme einfach nicht hin dass hier die kinder ihr wunsch unterdrückt wird und sie nicht verfassungs konform erzogen werden dürfen es ist perfide was es jugendamt hier macht es sind erpressungsmethoden die ich öffentlich mache damit das jugendamt hier anfängt nachzudenken die verantwortlichen anfangen nachzudenken und endlich von ihrem völlig überkommenen noch während dem nazireich zur staatsraison gehörenden vorstellungen festhalten dass kinder zum mutter gehören das muss aufhören im alp donau kreis das jugendamt ist hier völlig irre geleitet danke fürs zuschauen und wenn ihr zukünftig über neue videos über benachrichtigt werden wollt dann klickt auf den abonnieren button aktiviert die glocke damit er auch wirklich über jedes neue video benachrichtigt werdet danke fürs zuschauen und tschüss